Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Faszination Astronomie online. Ich bin Susanna Hoffmann, bin im Augenblick wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Informatik an der Friedrichsäller Universität Jena und gleichzeitig freie Mitarbeiterin im Planetarium Jena. Den Vortrag, den ich heute halte, gestern, heute Morgen große Zeitskalen in der Wissenschaft, kommt eher aus dem zweiten, aus dem Planetariumskontext, denn dort werden wir ja oft gefragt, wenn wir Astronomen sowas erzählen wie Betelgeuze wird bald eine Supernova oder der und der Stern wird irgendwann explodieren oder ist jung oder was auch immer, was das eigentlich heißt. Also welche Zeitskalen, astronomische Zahlen sind ja sprichwörtlich groß, was bedeutet das eigentlich und wie setzen wir das zu uns selber in Relation. Wenn die Leute sowas fragen, dann sage ich meistens nun, wenn der Bundesfinanzminister seinen Jahresetat ihnen vorrechnet, dann stellen sie sich ja auch nicht ein Häufchen 1-Euro-Münzen vor. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, können wir die Zeitskalen in der Astronomie ganz gut auch quasi Eichen, Eichendorf oder das Eichamt, kalibrieren an den geologischen und den historischen Zeitskalen, die wir kennen, für die wir Menschen vielleicht ein bisschen besseres Gefühl haben, selbst wenn wir das nicht selber erlebt haben. Und darum soll es heute gehen. Astronomie ist ja bekanntlich die Wissenschaft, die sich mit, zumindest historisch, mit der Zeitrechnung beschäftigt, die dafür zuständig ist. Wir alle kennen den Monat als Zyklus des Mondes, die Jahreszeiten am Zyklus der Sonne, aber eben auch der Sterne festgemacht. Und so wie wir das Jahr als Astronomen verstehen können als Zyklus der Sonne, gibt es nicht nur in der Astronomie nicht nur das Jahr, sondern auch das große Jahr. Das große Jahr, das ist ein Präzessionszyklus. Das heißt, wenn wir uns am Himmel umschauen, dann haben wir meistens oder den meisten Leuten bekannt ja das Sternbild der großen Bärin hier in der griechischen Darstellung. Und wir wissen, dass die große Bärin sieben helle Sterne hat, die zusammen einen Wagen bilden. Hier hervorgehoben, diese vier mit der Deichsel dran. Und wir wissen, dass in Laufrichtung der Bärin, also hier ist der Bärin in den Kopf, in Laufrichtung der Bärin, die vorangehende Wand zeigt bekanntlich auf den Polarstern. Der ist also besonders berühmt, scheint sich quasi nicht zu bewegen, während alle anderen Sterne sich um ihn drehen. Der ist nicht besonders hell, aber ebenso berühmt, weil er an dieser ausgezeichneten Stelle des Himmels steht. Da haben wir besonderes Glück, denn wie wir hier sehen können, es gibt hier eine gebogene Zeitskala, nämlich eben die Zeitskala des großen Jahres. Im Jahr 2000 war unser Polarstern wirklich so ziemlich am nächsten, am Himmelspol, also näher war er nie vorher und wird er nie nachher sein. Und wenn wir uns das mal anschauen, jetzt der Polarstern, dann, wenn wir in der Zeit zurückgehen, in der historischen Zeitskala, so im Mittelalter, gab es keinen Polarstern. Da war der Himmelspol eben hier auf dem Kreis. Wie gesagt, das ist eine Skala, eine Jahres- sozusagen-Skala. Und auch zu römischer Zeit, als Augustus und Cäsar die Kalender reformiert haben, gab es keinen Polarstern. Da ist ein Minus vor der 2000. Also damals, aus der Zeit, der wir die ersten astronomischen Zeugnisse haben, gab es keinen Polarstern. Wir gehen also in diese Richtung mit dem Uhrzeigersinn quasi zurück im großen Jahr und in die andere Richtung vorwärts. Hier treffen die beiden Laufrichtungen aufeinander. Minus 12.000 plus, also 12.000 Jahre zurück und 13.000 Jahre vorwärts. Da sind wir so bei ungefähr 25.000, 25.500 Jahren, die also ein Zyklus dauert. Und woher kommt das? Nun, das kommt daher, dass die Erde sich dreht, aber dabei ja nicht eine perfekte Kugel ist und daher so ein Kreiseleffekt auftritt. Dieser Kreiseleffekt bewirkt, dass die Erdachse taumelt. Also die Erdachse steht senkrecht auf dem Erdequator. Und diese karierte Fläche-Ebene hier ist die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt. Und wir sehen, die Äquator-Ebene dreht sich im Laufe eines großen Jahres in dieser Ekliptik-Ebene. Hier sind jetzt 26.000 Jahre geschrieben. Das sind alles gerundete Werte, das sind didaktische Visualisierungen. Und das heißt einerseits, dass der Schnittpunkt von Äquator-Ebene und Ekliptik-Ebene sich bewegt. Es gibt zwei Schnittpunkte. Das eine ist hier mit diesem grünen Symbol gekennzeichnet. Das ist das astrologische Symbol für Widder, auch das astronomische Symbol für Widder, weil als der Tierkreis festgelegt wurde, dieser Punkt, dieser Schnittpunkt von Äquator und Ekliptik im Widder lag. Inzwischen liegt er in den Fischen und wie wir hier sehen, wandert er durch alle möglichen Sternbilder, konkret durch die Sternbilder des Tierkreises. Es ist immer angeschrieben oben, wo er sich gerade befindet. Im Augenblick in Leo, also 14.000 Jahre plus steht er in Leo, danach natürlich im Krebs, danach in den Zwillingen, dann in Stier und irgendwann wieder im Widder. Und wir sehen, dass gleichzeitig, während der Widderpunkt durch den Tierkreis wandert, eben im Norden und im Süden die Erdachse so einen Kreis vollführt. Das wird hier nochmal rausgegriffen, zumindest für den Nordhimmel. Am Nordpol, wie gesagt, zieht die Erdrotationsachse eben durch mehrere Sternbilder. Im Augenblick haben wir an dieser Stelle einen Polarstern. Eben früher war das nicht denknotwendig so. Wir verfolgen jetzt hier die Erdachse, so die weiße Schreiber hier, die Linie. Es ist die Erdachse. Wir sehen, dass die eben von Beginn der astronomischen Schriftkultur auf diesem Bogenstück gelaufen ist. Und das wussten die Leute auch schon vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren sogar, dass die Erdachse diese Bewegung vollführt. Und jetzt wird sie, wie gesagt, als nächstes durch Regionen laufen, wo es keine hellen Sterne gibt, am Span vorbei, kommt dann dem hellen Stern Vega einigermaßen nahe. Aber wir sehen, dass es längst nicht so nah wie unser Polarstern. Und irgendwann quasi schließt sich der Kreis fast. Also auch das, wenn sich der Kreis schließt, wäre eine didaktische Visualisierung. Tatsächlich ist das eine leichte Spiralbewegung. Das heißt, wenn die Erdachse das nächste Mal hier vorbeikommt an unserem Polarstern, dann ist der ein Stückchen weiter vom Himmelspol entfernt, als er das schätzt ist. Grundsätzlich kommt dieser Effekt also quasi durch die Taumebewegung der Erdachse zustande. Und der hat allerdings ganz viele Konsequenzen für uns auf der Erde. Und die wollen wir uns jetzt mal hier angucken. Insbesondere, bevor wir das machen, nochmal ein kurzer Himmelsspaziergang in der wirklichen ganz Kurzfassung. Wir sehen hier erstmal einen ganz typischen Ausschnitt für den Winterhimmel. Im Augenblick also quasi fast hinter der Sonne. Sirius sieht man in der Abenddämmerung noch mit etwas Glück. Aber der Rest ist im Augenblick nicht zu sehen. Wie gesagt, am Winterhimmel sehr prominent. Wir haben hier Orion, dieses Sternbild mit den drei hellen Sternen im Gürtel. Das sind die Schultersterne von Orion, die Beine. Den Gürtel nach unten verlängert, zeigt auf Sirius. Den Gürtel nach oben verlängert, durch die Hyaden an Aldebaran vorbei, zeigt auf die Plejaden. Und wenn man sozusagen so ein bisschen schräg durch die Schultern peilt, dann zeigt das auch den hellen Stern Prochium. Es geht jetzt nicht darum, quasi die kompletten Sternbilder zu verstehen. Deswegen lasse ich die hier auch weg und nenne nur kurz diese Navigationslinien. Der Stern Aldebaran, wie gesagt, ist besonders wichtig. Der Gürtel von Orion nach Norden verlängert, zeigt darauf, das ist nämlich ein roter Riesenstern. Und dieser rote Riesenstern ist von der Masse her etwas so groß wie die Sonne, aber eben ein Riesenstern. Das heißt, vom Radius her sehr viel größer, ist also schon sehr viel älter als die Sonne, hat sich bereits aufgebläht, wird aber niemals Supernova sein, weil er eben nur Sonnenmasse hat. Es gibt einen anderen Stern im Orion wie Schulter. Das ist ein roter Riesenstern, sogar in Überriese. Der ist also viel, viel größer. Die Sterne im Orion sind alle viel, viel größer als die Sonne. Und so wie Riegel ein blauer Überriese ist, wird er sich irgendwann später mal aufblähen zu einem roten Überriesen, was Peter Goetze eben schon ist. Und dann, also solche großen Sterne werden dann auch irgendwann zu einer Supernova und werden irgendwann explodieren. Das wird ein recht interessantes Himmelsschauspiel werden. Ein weiterer Kandidat, den sehen wir jetzt im Sommerhimmel, also im Augenblick nur am Morgenhimmel, aber in den nächsten Wochen und Monaten immer besser, hier im Skorpion. Und zwar haben wir hier sozusagen wie so eine Blüte, die aus dem Horizont herauswächst, den Stängel. Und da dann die Blütenblätter. Dieser helle Stern in der Mitte, wo die Blütenblätter sozusagen ungefähr loslaufen, das ist der Stern Antares. Wie Peter Goetze, ein roter Überriese. Und diese beiden sind die beiden größten Sterne, die wir mit bloßem Auge am Himmel sehen können. Von denen wir also erwarten, dass sie als erstes so eine Supernova ergeben werden. Von all den Sternen, die wir mit dem bloßen Auge sehen. Diese beiden sind also jetzt quasi in die Zeitskalen einzuordnen. Und wir wollen uns jetzt mal quasi veranschaulichen, auf welchen Zeitskalen das passiert. Über Peter Goetze habe ich, weiß ich nicht, ob ich hier schon mal einen Vortrag gehalten habe, aber es gibt jedenfalls andere Vorträge dazu, dass wir das nicht so ganz genau wissen, in welchem Stadium das ist. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal an, welche Möglichkeiten das gibt, auf welchen Zeitskalen Peter Goetze vielleicht explodieren könnte. Also ich meine, welche Zeitskalen quasi, welche irdischen Zeitskalen das entspricht. Dabei schauen wir uns wieder unseren Präzessionskreis an. Das kennen wir ja schon. Da ist unser Polarstern immer noch. Und hier beginnt die astronomische, passt die astronomische Schriftkultur. Das ist, also in der Zeit sind die Pyramiden-Texte, da haben wir noch keine mathematische Astronomie überliefert. Die richtig mathematischen Kompendien, die fangen dann ungefähr tausend Jahre später an. Das ist, wie gesagt, zu einer Zeit, als es keinen Polarstern gibt. Auch weitere tausend Jahre später, als der Almagest aufgeschrieben wird, das nächste große Kompendium, das für die nächsten dann folgenden tausend Jahre das Lehrbuch der Astronomie war und in dem eben schon diese Präzision beschrieben wird und eben drinsteht, auch das, zu dieser Zeit gab es keinen Polarstern. Das haben die also alles schon rausgefunden, dass der Himmelspol sich auf diesem ungefähr Kreisbogen bewegt, ganz ohne einen Polarstern zu haben. Sie wussten auch, dass da der Mittelpunkt dieses Rotationskreises ist und deswegen heißt das Sternbild Drache, so wie es heißt. Das habe ich aber tatsächlich hier schon in einem anderen Vortrag vorgetragen. Es gibt, wie gesagt, Vega, diesen hellen Stern, der fünfthellste Stern des gesamten Himmels, der zweithelste des Nordhimmels. Der kommt dem Präzisionskreis mal ein bisschen nahe, ist aber längst nicht so nah dran am Himmelspol, auch in seinen nächsten Annäherungen wie unser Polarstern. So, das nochmal zur Orientierung in der Zeit. Was heißt das jetzt für die Kulturgeschichte der Menschheit? Die ersten Sternbilder, Tja, das ist eine wirklich komplizierte Geschichte. Also wie gesagt, Pyramidentexte und kurz nach den Pyramiden diverse andere Zeugnisse haben wir überliefert. Aber sagen wir mal so ab 2000 vor Christus und nicht wesentlich früher. Die Höhlenmenschen hatten bestimmt auch schon Sternbilder. Und ob wir die kennen, darüber streiten sich die Geister. Ein ganz berühmtes Beispiel ist die Höhle von Lascaux in Frankreich, also zwischen Lyon und Bordeaux etwa, nicht ganz in der Mitte. Da gibt es in einem kleinen Dorf, in einem kleinen gallischen Dorf, gibt es eine Höhle. Die wurde 1940, also mitten im Zweiten Weltkrieg, gefunden. Ist seit 1970 UNESCO-Weltkulturerbe, weil es dort wunderschöne Gemälde gibt. Und seit 1997 gibt es die Hypothese, dass manche dieser Gemälde mindestens Sternbilder darstellen könnten. Wann diese Höhlen Gemälde datieren, wissen wir nicht genau. Der häufigere Datierungsversuch ist so 1700 bis 1500 vor jetzt. Es könnte auch deutlich älter sein, das weiß man nicht so genau. Diese Magdalenienkultur jedenfalls findet man quasi über das gesamte Westeuropa verbreitet, also iberische Halbinsel Frankreich bis hin, Benelux, Spanien, Schweiz und so weiter überall. Es ist also eine recht weit verbreitete Kultur gewesen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen, das ist übrigens der Höhleneingang hier, waren die Menschen anatomisch schon so wie wir heute. Das waren also keine Affen mehr oder sowas, das waren wirklich schon Menschen, Menschen. Die waren Jäger und Sammler und hatten ihre Kultur. Wie gesagt, wir können die verorten Kultgegenstände finden sich überall über Westeuropa. Das war schon eine ganze Weile her und mit hoher Wahrscheinlichkeit gab es damals keinen Polarstern. Aber da die Zeitspannen hier so groß sind, da wir nicht genau wissen, wann die Höhle datiert, wissen wir es nicht genau. Vielleicht war es dort, vielleicht war es auch da, wo der Pfeil gerade endet ungefähr. Weiß man nicht so genau. Nun, was zeigen diese Gemälde? Die zeigen Tiere. Also hier zum Beispiel ein Hirsch, ein Pferd, diverse Rinder. Ganz interessant ist das Rind rechts oben, also so ein Stier, und über dessen Buckel befindet sich eine Gruppe von sechs Pünktchen. Die Plejaden werden ja häufig Siebengestirn genannt. Warum das so ist, habe ich auch in anderen Vorträgen erzählt. Tatsächlich sieht man fünf bis sechs Sterne mit dem bloßen Auge, sodass also manche Leute glauben, dass dies vielleicht die Darstellung sein könnte von dem, was wir das Sternbild Stier nennen. Dass also das die Plejaden sind über dem Buckel vom Stier, und da sieht man sogar neben dem Auge so ein paar Pünktchen. Also vielleicht ist das Aldebaran mit den Hyaden. Es gibt zumindest die Theorie, die Hypothese. Wenn wir uns die anderen Gemälde hier mal anschauen, dann sehen wir aber, dass zum Beispiel auch hier rechts unten bei diesem Rind ein paar Punkte ums Auge herum sind, oder dass es unter diesem Hirschen durchaus ein paar Zeichnungen, vielleicht Zählmarken oder sowas gibt. Da es zu dem Zeitpunkt noch keine Schrift gibt und nicht dran steht, was die sich damals dabei gedacht haben, wissen wir das nicht genau. Also es ist eine Hypothese, aber es kann auch eine Hypothese bleiben. Wie gesagt, lässt sich nicht genau sagen. Zu dieser Zeit gab es natürlich nicht nur in Europa Menschen, sondern über oder zumindest in weiten Bereichen von Eurasien und von Afrika natürlich, da kommt die Menschheit ja her. Und deswegen ist natürlich die Sahara auch besonders spannend. So sieht es da heute aus. Also das sind echte Fotos, habe ich selber gemacht. Also ich kann Ihnen bestätigen, dass sie wirklich so ausdobbt. Das ist nicht aus irgendeinem Disney-Tricks-Studio, sondern so sieht es wirklich in der Sahara aus. Weit und breit nur Sand. Dünen über Dünen, hin und wieder mal ein paar Felsen. Da gibt es auch ein paar Oasen. In den Oasen gibt es Grotten, in denen man sich wunderbar aufhalten kann, gerade wenn es besonders heiß wird. Und das haben bestimmt auch schon vor Jahrtausenden die Menschen gemacht. Und hier gibt es eine Grotte, die ist besonders interessant. Also und zwar insbesondere da, wo ich meine Füße hinhalte. Da gibt es nämlich in diesem Felsen mit einer Höhlung drin. Das ist ja nicht wirklich eine Höhle, das ist nur ein ausgehüllter Felsen. Da gibt es auch Felsenzeichnungen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen jünger als die aus Lascaux, aber nicht viel. Wir können die nicht genau datieren. Die liegen an offener Luft, sind nicht, wie gesagt, in Höhlen, zeigen Menschen in Jagdszenen, sie zeigen auch Tiere, aber nicht etwa Stiere oder sowas, sondern Giraffen und andere Savannentiere. Wie gesagt, heute Wüste. Da sind ungefähr diese Aufnahmen entstanden. Und das spricht ja dafür, dass das Klima sich in dieser Region ganz grandios verändert hat, seit der Zeit dieser Höhlen- oder Felszeichnungen. Das also damals, was damals Savanne war, ist heute Wüste. Und tatsächlich, das können wir datieren, gab es dort Jäger und Sammler, also vor allen Dingen Jäger, die großteils normalisch lebten, die dann aber, als die Sahara trocken wurde, dahin gingen, wo eben man sich besser mit Tieren auch aufhalten konnte, wo sie dann Hirten wurden. Und das ist im Wesentlichen das Nil-Delta, natürlich auch, das Nil-Tal, nicht mal das Delta, natürlich auch in die Region südlich, also Richtung Senegal-Fluss oder nördlich Richtung Europa. Aber vor allen Dingen gab es eben diesen Trend, in die Länder, die wir heute Sudan und Ägypten nennen, längst des Nils, wo man eben damals ganz gut leben konnte. Das heißt, wir sind jetzt hier etwa aus dieser Zeit, aus der Magdalenien-Kultur, durch die Jahrtausende gehüpft. Und so um 5000 vor Christus hat es sich wahrscheinlich zugetragen, dass dann die Sahara wieder entgrün wurde, also trocken wurde. Und in der Zeit davor waren zeitweise mal die Jahreszeiten umgekehrt, nämlich eben genau dann, wenn Vega ungefähr am Himmelspol steht. Das passiert insbesondere wegen der klimabeeinflussten und Jahreszeiten beeinflussten Winde, die in diesen Regionen auftreten. Also wir wissen, die Passatwinde entstehen dadurch, dass die Sonne über der ungefähr Äquatorregion steht und dort die Luft aufheizt, also Luft aufsteigt, ein Antipassat in sehr hohen Atmosphärenschichten weht, die Luft abkühlt und dann ungefähr bei den Wendekreisen runterfällt und den Passat bewirkt. Nun, logischerweise schwankt dieser Takt mit den Jahreszeiten. Wenn die Sonne weiter nördlich steht, dann wird dieser ganze Zyklus sich nach Norden verschieben, also im Nord-Sommer und im Nord-Winter, wenn die Sonne weiter südlich steht, dann wird sich das ganze Spiel nach Süden verschieben. Und das passiert, also diese Sonneneinstrahlung auf dem Äquator passiert natürlich umso heftiger, wenn die Erde imperiell steht. Im Augenblick ist es so, dass die Erde imperiell steht, am sonnennächsten Punkt steht, wenn wir Winter haben auf der Nord-Herkugel. Die Sahara ist auf der Nord-Herkugel. Das heißt, wenn die Jahreszeiten umgekehrt sind, dann wird dieser ganze Effekt hier deutlich heftiger. Und das wird, wie gesagt, auch das Klima natürlich beeinflussen und verändern und dieses ganze Windsystem eben mitnehmen, je nachdem, wann und wo der Himmelspol gerade steht, also wohin die Erdachse gerade zeigt. Wie gesagt, die Menschen zogen sich dann in die Niedergegend zurück, wurden Hirten, entwickelten Schrift, also wenn mehr Menschen da sind, muss man mit mehr Betrügereien rechnen, muss besser festhalten, wer wem wann was gegeben hat und wie viele davon. Und irgendwann entwickelten sich daraus dann eben auch diese Hochkulturen, die, wie gesagt, dann später die Pyramiden und andere große Bauwerke hervorbrachten. Um 2000, vielleicht 2200, datieren die ersten Diagonalsternuhren, aber nicht als Instrument, sondern nur als Grabinschrift oder konkret als Sargdeckelinschrift. Das ist ein Ordnungsprinzip einfach. Also zum Beispiel, wir lesen das jetzt von rechts unten nach links oben. Also dieses Gestirn hier, wie auch immer ein Ägypter das nennt, das geht jetzt gerade bei kurz vor Sonnenaufgang auf. Wir schreiben die erste 10-Tage-Woche im ersten Monat einer bestimmten Jahreszeit. Und wenn wir in der zweiten 10-Tage-Woche, also zehn Tage später gucken, dann geht schon das nächste Gestirn auf. Das heißt, das, was wir zuerst hatten, das geht ein bisschen früher auf und ist dann schon längst zu sehen. Und in der dritten 10-Tage-Woche dann entsprechend noch mal früher und so weiter und so fort. Und dieses Prinzip, mit dem man die Zeit in der Nacht und auch die Jahreszeiten bestimmen kann, also nur zusammen, nicht eines allein, dieses Ordnungsprinzip, das ist da eben, wie gesagt, auf solchen Diagonalsternuhren festgehalten. Und dieses Prinzip, wie gesagt, finden wir dann als eines der ersten wirklich schriftlich fixiert. in der ägyptischen Kultur, aber eben auch in der mesopotamischen Kultur. Dort gibt es Zeugnisse, also Bauwerke auch. Die haben auf Tontafeln geschrieben, das heißt, ein sehr haltbarer Material. Das mag sein, dass diese Sachen, die dort auf Tontafeln erhalten sind, auch in Ägypten existiert haben und noch nicht erhalten sind, weil dort eben nicht auf Ton geschrieben wurde. Es ist immer auch eine Frage der Zeit. Wir haben hier die berühmten Städte Ur, die damals noch direkt am Meer lag. Das, was hier hellgrün geschrieben ist, war damals noch Meer und nicht Land wie heute. Also Euphrat und Tigris sind damals noch nicht zusammengeflossen. Babylon als eine der großen Zentren auch für Astronomie und Nineveh hier im Norden. Das heißt, es gab ja an verschiedenen Stellen durchaus astronomische Hubkulturen. Oftmals auch solche, das sind keine Pyramiden, sondern das sind sogenannte Ziggurat, also Gebäude wie Pyramidenstümpfe. Und eine Idee ist das möglicherweise, die Astronomen dort auch beobachtet haben könnten. Nun kennen wir auch diese Zeit, also zwischen den ersten überlieferten Diagonalsternuhren und Mulapien, auch die Venus-Tafeln von Amisatouka. Das ist wahrscheinlich ein Beobachtungsprotokoll. Die Diagonalsternuhren, wie gesagt, sind ein mathematisches Prinzip, also kein Messinstrument und auch keine Beobachtungsdaten. Das, was wir im Mulapien festgeschrieben haben, sind auch so etwas wie ein mathematisches oder viele mathematische Konzepte. Die Venus-Tafeln allerdings, das könnten echte Beobachtungsdaten sein. Und da allerdings fehlen ein paar Daten. Und das spricht eben auch dafür, dass möglicherweise hier diese Beobachtungsdaten fehlen, weil zum Beispiel die Venus nicht gesehen werden konnte. Venus ist heller als alle Sterne. Das ist schon besorgniserregend, wenn man die Venus nicht sehen konnte. Darum gibt es die Hypothese, dass Naturereignisse das mit gesteuert haben könnten, und zwar insbesondere die sogenannte Minoische Eruption auf der Insel Santorin. Das ist umstritten. Man weiß nicht ganz genau, ob das so gewesen ist. Also ich meine, dass der Vulkan irgendwann eine Eruption hatte, das weiß man, aber ob das jetzt wirklich den Einfluss gemacht hat auf die Tafel Venus-Sichtbarkeiten in Babylon, das weiß man nicht genau. Was man weiß ist, das ist die Insel heute, in der Mitte eben ein Vulkan, der bisweilen ausbrechen kann. Das hat er auch vor ein paar Jahrhunderten gemacht, nicht nur vor ein paar Jahrtausenden. Und man kann eben dann sehen, die Vulkanasche breitet sich aus, in dem Fall in dieser Minoischen Zeit, also so im 16. 17., eher 17. Jahrhundert vor Christus. Da hat der Wind diese ganzen Ascheverteilungen eher so nach Nordosten geweht, und wir sehen hier also Ablagerungen dieser vulkanischen Asche. Eine andere sehr berühmte Eruption kommt deutlich später. Das ist die berühmte römische Eruption des Vesuv in Pompeji, also dass Pompeji quasi dem Erdboden gleichgemacht hat im Jahre 79 nach Christus. Nicht nur Pompeji, sondern auch andere Orte in Italien waren davon betroffen. Und hier haben wir allerdings keine astronomischen Beobachter, von denen wir so ganz genaue Daten haben. Wir wissen nicht ganz genau, ob das Astronomen wirklich beeinflusst hat, aber wir wissen, also hier sind quasi Pompejianer, die sich versuchen, vor der Asche zu schützen, und denen das offenbar nicht gelungen ist. Da gab es sehr, sehr viele verheerende Konsequenzen von dieser Eruption. Das ist also etwas, was der Menschheit an sich durchaus schaden kann. Wir wissen nicht ganz genau, also wahrscheinlich hat diese Santorin-Eruption gar nicht so viele Menschen dahin gerafft, einfach deshalb, weil die vorher eine Hafenstadt, die komplett zerstört worden ist, verlassen hatten. Was wir eben sehen können, wenn wir den Präzessionszyklus weiter verfolgen, ist, dass eben rhythmisch sich diese Jahreszeiten Verschiebungen ergibt. Also, wie gesagt, aufgrund der Verschiebungen, Mitbewegungen der Passat-Zirkulation. Und dieser Zeitraum, also einmal quasi noch um die Hälfte rum, diesen Präzessionszyklus, so 10.000, 12.000 Jahre, das wäre die früheste Zeitskala für eine Eruption, eine Supernova von Antares oder Beta-Geuze. Der frühestmögliche Fall. Mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert das nicht innerhalb der nächsten 10.000 Jahre, sondern deutlich später. Das ist hier ein Foto, wie es aussehen würde. Es wird regelmäßig am 1. April gepostet, dass Beta-Geuze gestern explodiert sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sieht es eher dann so aus, also vielleicht noch etwas heller als hier simuliert, aber es kommt schon ganz gut ran. Wie gesagt, etwa Vollmondhelligkeit. Allerdings völlig ungefährlich, also nicht so dramatisch wie ein Vulkanausbruch, weil wir einfach hinreichend weit weg sind. Das heißt, das ist rutsch, aber tut uns nichts. Und wahrscheinlich passiert es auch gar nicht innerhalb des nächsten Präzessionszyklus, sondern innerhalb der nächsten ungefähr vier Präzessionszyklen. Nun, wie gesagt, nach dieser Zeit, also wenn Vega Polarstern ist, danach wird die Sahara wieder grün werden und irgendwann in dieser Zeit, also ein bisschen länger noch, ist die Zeitskala für einen nicht nur irgendwie gearteten Vulkanausbruch wie Santorin oder Pompeji, sondern einen sogenannten Supervulkanausbruch. Was hat es damit auf sich? Nun, Vulkanausbrüche, das gibt es öfter mal. Also wir hatten gerade Anfang dieses Jahres einen auf einer der Tonga-Inseln, Honga-Tonga, der Vulkan. Wir sehen hier die Zeitrafferaufnahme von dem amerikanischen Wetter-Satelliten der NOAA-Agentur. Da sehen wir, wie rhythmisch Tag und Nacht wird und wir sehen, dass hier unten links jetzt gleich genau da jetzt dieser Vulkan eine Eruption in die Hochatmosphäre pustet. Diese quasi Wolke, die wir da sehen, die breitet sich über den normalen Regenwolken aus, ist also eine besonders hohe Eruption. Das geht schon fast in die Richtung Supervulkan, ist es aber noch nicht ganz. Also es ist einfach eine sehr heftige Eruption und wir sehen das auch noch einige Tage später diese Wolke sich über den anderen, also über den quasi Wetterwolken verteilt. Das hatte natürlich auch Konsequenzen. Also hier nochmal quasi rausvergrößert. Und zwar, lassen wir sie vielleicht mal kurz aufleuchten, diese Wolke. Diese Wolke ist offensichtlich riesengroß, also deckt ein sehr, sehr großes Gebiet ab. Das ist eine Aschewolke, das heißt unter dieser Aschewolke wird es auch ziemlich dunkel. Und es kann passieren, wenn so ein Vulkan eben längerfristig ausbricht, also dieser Vulkan, dieser starke Vulkanausbruch auch lange dauert, nicht nur ein paar Stunden, sondern vielleicht sogar tagelang dauert, dass es dann wirklich einige Tage dunkel ist, also nicht richtig hell wird. Und insgesamt ist die Größe von dieser Wolke hier schon etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Die Druckwelle, die haben wir auch von diesem Vulkan bis nach Europa gemerkt. Also einige Stunden später, sozusagen einmal links herum, einmal rechts herum, kamen die auch in Europa an. Und das war noch gar nicht mal ein super Vulkan. Wie gesagt, nicht nur Luftdruck, sondern auch Wasserdruck natürlich, also Tsunami war auch unterwegs und diese Wolke an nicht nur Asche, sondern auch Schwefeldioxidgas und das hat den Nachteil, dass das sich in der Hochatmosphäre verbreitet. Und hier sehen wir so einen Grauschleier, aber tatsächlich Schwefeldioxidanteile sind weißlich. Also das ist jetzt der Ascheanteil und diese weiße Schwefeldioxidwolken, die reflektieren natürlich mehr Sonnenlicht und das heißt, das wird dann auf der Erde etwas kühler. Von dem Tonga-Vulkan ist der Effekt wahrscheinlich relativ gering, aber wenn das jetzt länger passiert, also ein Supervulkan ausbruch bricht, dann kann das durchaus zu einigen Monaten oder Jahren von Kälteperioden führen. Also Mini-Eiszeiten oder zumindest sommerlose Jahre. Und wie gesagt, die Eruption, die hat hier 30 Kilometer hochgeführt, also dreimal so hoch wie Flugzeug gefliegen, ist also schon eine sehr heftige Eruption gewesen. Noch heftiger geht es allerdings auch und zwar ein sehr berühmter Ausbruch des Krakatau 1883. Das ist ein Vulkan, der ist in Indonesien und zwar haben wir hier also eine Hauptinsel von Indonesien, hier vorne ist Jakarta, hier die Millionenmetropole Semarang, sehr berühmt auch, weil dort große Astronomen herkommen und diese ganze Inselgruppe besteht im Wesentlichen nur aus Vulkanen, die da quasi einer an den anderen gereiht sind. Der Krakatau ist aber der Insel vorgelagert, also nicht direkt auf der Insel, der ist der vorgelagert und früher, also im 19. Jahrhundert, sah der mal so aus wie hier links dargestellt. Da sehen wir eine so tropfenförmige Insel, sieht fast aus wie La Palma und dieser mittlere Teil hatte eben eine wie gesagt sehr heftige Vulkaneruption, die diese gesamte Insel sozusagen zerfetzt hat. Das gibt, also ich stelle das jetzt hier sehr didaktisch reduziert dar, natürlich ist das alles ein bisschen komplizierter, da werden teilweise neue Landteile gebildet, die dann wieder vergehen, also vom Meer überspült werden und so weiter und so fort. Aber dieser Hauptteil der Insel Gruppe oder der Insel, der Hauptinsel vom Krakatau, die ist wie gesagt im 19. Jahrhundert bei dieser Eruption zerstört worden. Hier sehen wir dann den Rest der Caldera, die dann übrig geblieben ist. Die anderen Inseln, die anderen Ränder sozusagen, waren zunächst mal ein bisschen größer, sind inzwischen auch wieder verkleinert. So sieht das heute aus und auch heute noch pustet dieser Vulkan fröhlich vor sich hin. Also hat immer mal wieder so kleinere Eruptionen. Nicht so heftig wie damals, aber da geht schon einiges vor sich. Wir wissen, das liegt an der Plattentektonik. Wie gesagt, die gesamte indonesische Inselgruppe entsteht so oder ist so entstanden. Und neben Java haben wir ja noch die Insel Bali und dann kommt die Insel Lombok. Lombok ist auch eine Vulkaninsel, Überraschung, und hat einen riesigen, großen Vulkan. Also wir sehen hier oben eine Kette von Vulkanen, aber in der Mitte eben einen, der besonders groß ist, der also zumindest eine besonders große Caldera hat. Und das ist ein sehr interessanter Vulkan, sechs Kilometer große Caldera und man kann die Geologen, Geowissenschaftler können berechnen, Vulkanologen vielleicht, dass der früher mal der Berg so hoch war wie das Stückchen, was hier noch steht. Also wie viel quasi Gesteinsmasse da früher noch drauf war, die durch eine Eruption weggesprengt wurde. Nun kann man dann auch hier also auf der Insel sich umgucken und kann sehen, wo die Ascheablagerungen sind und kann dann versuchen damit zu ungefähr zu datieren, wann der Vulkan ausgebrochen ist. Noch genauer geht es allerdings mit Forschung in dem ewigen Eis. Wenn wir zum Beispiel einen Eisbohrkern nehmen, also zum Beispiel mit einem großen Bohrer in das ewige Eis an der Arktis oder Antarktis bohren, dann kriegen wir ja quasi eine Tiefenbohrung in die Erdgeschichte und wir können dann quasi so wie Baumringe für kurze Zeitskalen aus Eisbohrkernen für Jahrhunderte und Jahrtausende zurückschauen in die Vergangenheit. Das kann ich hier kurz zeigen. Das ist ein Kunstwerk aus Eis gebaut in Sibirien und wir sehen schon, das steht schon seit einer Weile, das ist mit ziemlich viel Dreck, wenn man sich diese Stufen anguckt, mit ziemlich viel Dreck beschmallert. Also einfach, dass da Leute quasi die Stufen rauf und runter gehen und es natürlich auch Abgase gibt durch die Autos, also direkt an einer großen, breiten Straße. Und wenn in Sibirien so ein bisschen das Tauwetter einsetzt im März, dann lohnt es sich irgendwann mal sogar auch den Schnee von der Straße zu holen. Im Winter macht man das gar nicht. Und diese Schneeblöcke, die von der Straße gekratzt wurden, die habe ich mal am Straßenrand fotografiert. Da sieht man, dass es zuerst, also hier unten ist die Straße gewesen, zuerst hat es geschneit. Irgendwann als der Winter begann, dann wurde ein bisschen was, also ein Ruß vielleicht von fahrenden Fahrzeugen darauf abgelagert. Das wurde plattgedrückt, darauf gehen und Fahrzeuge darauf fahren. Dann hat es wieder mal ein bisschen geschneit, dann kam wieder ein bisschen Ruß und es kam im Lauf des Winters immer mehr Ruß und dann hat es wieder mal geschneit und so weiter. Und wenn man im März, also wie gesagt, wenn Tauwetter einsetzt ungefähr, durch Sibirien geht, dann sieht man das. Dann sieht man sozusagen, wann es in einem Winter geschneit Straße. Wie gesagt, man sieht das für einen Winter. Wenn Sie so einen Eisbohrkern haben, dann sehen Sie solche Ablagerungen. Könnten Sie jetzt hier Proben nehmen, welche Autos da langgeknattert sind. Bei einem Eisbohrkern, da sehen Sie das für Jahrhunderte und wie gesagt Jahrtausende. Manchmal hat man vielleicht sogar Glück und hat Lufteinschlüsse darin, sodass man sogar weiß, wie die Atmosphäre zu einem früheren historischen Zeitpunkt vor einigen Jahrhunderten oder Jahrtausenden ausgesehen hat. Also wenn besonders viel Späfiodioxid in der Luft war oder besonders viel Vulkanasche oder sowas, das wird sich früher oder später in so einem Eiskern niederschlagen. Nun liegt Indonesien, insbesondere Java, ziemlich genau auf dem Äquator. Und das bedeutet, wenn da so eine Aschewolke rausgepustet wird aus der Erde, dann geht die um die Erde rum, verteilt sich einigermaßen gleichmäßig und im Norden und Süden, am Nordpol und am Südpol haben wir gleichermaßen die Spuren in den Eisbohrkernen. Und so konnten die Forscher eben hier herausfinden, dass dieser Vulkan auf Indonesien tatsächlich im Jahr 1257 oder 58 laut Eisbohrkern eine Eruption gemacht hat. Also es kam für diese Spur in den Eisbohrkernen von 1257 58 kam dieser Vulkan in Frage oder einer in Südamerika und es hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich dieser indonesische Vulkan war. Man findet tatsächlich für den Sommer 1257 sowohl aus Europa als auch aus China Berichte über ganz sonderbare Wetterkatastrophen, dass der Nebel nie aufgehört hat, dass es im Sommer sehr kühl war und andere Phänomene, das können wir also zusammen mit Chroniken und Eisbohrkernen ganz gut datieren. Das heißt, eigentlich ein sehr spannendes Phänomen und wir sind hier nur 800 Jahre in der Vergangenheit. Sowas passiert aber, solche Super Vulkanausbrüche passieren aber alle ca. 17.000 Jahre, also ein bis zweimal pro Jahr. Das heißt, man muss, das ist Statistik, das kann übermorgen passieren, wenn wir Pech haben, es kann aber eben auch sein, dass das erst wieder in 17.000 Jahren passiert. Auf diesen Zeitskalen passiert es aber mehrfach und wie gesagt, auf diesen Zeitskalen ist am Himmel, also bei Beta, Goethe und Antares noch ziemlich wenig los. Schauen wir uns noch kurz an, weil natürlich jetzt gleich die Frage kommen wird, nach den Vulkanen, die uns gefährlich werden könnten, das sind die in Europa, ganz Island besteht nur aus Vulkanen, Italien, da haben wir den Etna, auf Sizilien, den Stromboli im Mittelmeer und den Vesuv, hatte ich ja schon genannt. Der Vesuv an sich ist ein Berg, das hatte ich auch schon gesagt, braucht halt immer so vor sich hin. Spannender ist es, dass gegenüber vom Vesuv ein relativ flaches Terrain sich befindet, die sogenannten phlegräischen Felder und die qualmen ganz heftig. Also es kann sein, dass wir da in historisch nächster Zeit, näherer Zeit einen Ausbruch nicht mal aus dem Berg, sondern aus diesen phlegräischen Feldern, also einem magmaaktiven, relativ flachen Gebiet erwarten müssen. Schauen wir jetzt noch mal kurz am Himmel an, wir sind hier jetzt das große Jahr ungefähr fast rum, also in 25.000 Jahren, ich habe jetzt mal hier unten sehen Sie eingeblendet, die Jahreszahl, also in 25.000 Jahren oder eigentlich 23.000 Jahren sieht der Himmel noch fast genauso aus, hier haben wir den großen Wagen und die Achse weist noch immer auf den Polarstern, wie versprochen steht er nicht mehr ganz so nah am Himmelspol, aber wird auch wieder klappen. Der kleine Wagen ist nicht mehr ganz so symmetrisch, das ist so ein Säckchen geworden. Nichtsdestoweniger hat sich da relativ wenig getan, wenn wir uns am Sommerhimmel umgucken, Antares ist immer noch unsere Blüte hier, also sozusagen hier der Stängel, die Blütenblätter, das heißt auch dieser Stern, da hat sich wenig getan, Orion ist Orion geblieben und wenn wir die Gürtelsterne nach oben verlängern, dann kommen wir auch immer noch zu den Plejaden durch die Hyaden hindurch, das Auge ist ein bisschen verschoben, komisch eigentlich, noch komischer, wenn wir das nach unten verlängern, kommen wir gar nicht mehr zum Sirius, der ist nämlich inzwischen dahin abgehauen. Wir sehen hier also durchaus Eigenbewegung von Sternen, die relevant ist, also wo wir sehen, dass da was passiert, das passiert nicht durch die Präzession, nicht durch die Rotation, das Taumeln der Erdachse, sondern wirklich nur durch die Eigenbewegung der Sterne. Beta-Geuze wie gesagt an der gleichen Stelle wie schon immer und wahrscheinlich immer noch nicht explodiert. Kleiner Funfact, wenn wir jetzt nicht 25.000 Jahre in die Zukunft gehen, sondern 75.000 Jahre, dann zeigen die Gürtelsterne von Orion, die immer noch genauso aussehen wie jetzt, auf einen hellen Stern, aber das ist nicht Sirius, sondern Prokion. Der fehlt nämlich jetzt hier. Aber das nur am Rande, der Stier hat sein Auge verloren, das ist jetzt abgedriftet, also der Schiel nicht nur, sondern das ist völlig abgedriftet. Das ist wahrscheinlich auch immer noch nicht, also der Aldebaran wird wahrscheinlich auch immer noch leuchten, der stößt ja nicht als Supernova, sondern so peu à peu seine äußeren Schichten ab. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, gut, wenn der innerhalb von 75.000, 25.000 Jahren der Stier plötzlich zu schielen anfängt, dann kommt das ja vielleicht gar nicht mehr hin mit den Höhlengemälden von Lascaux, aber na, da muss ich sie enttäuschen. Ich gehe noch mal zur Erinnerung das Bild und so sah das vor 20.000 Jahren aus. Also Aldebaran passt immer noch als Auge ins Stiergesicht. Also das allein wäre kein Grund, das Argument zu töten. Noch eine kleine Bemerkung, weniger bedrohlich, einfach so als Fakt der Entwicklung auf der Erde, die Niagara-Fälle, die befinden sich an der Grenze zwischen den USA und Kanada, sehr beeindruckend, sehr hoch, nicht die Höhlens Höchsten, aber sehr, sehr hoch, also eine der höchsten Wasserfälle der Erde. Der eine ist 30 Meter hoch, der andere ist 60 Meter hoch und die Erosion wird im Laufe der nächsten zwei großen Jahre diese Wasserfälle quasi wegwaschen. Also der Fluss nimmt ja jedes Mal Material mit, wenn er da runterfällt. Das Wasser schleift also diese Kante ab und wahrscheinlich wird das innerhalb innerhalb der nächsten ungefähr 50.000 Jahre so mehr oder weniger gerade vor sich hin plätschern, das Wasser und nicht mehr so steil runterfallen müssen. Das heißt aber, das passiert auf Zeitskalen, wo bei Beteri Goetzer und Antares noch immer fast nichts passiert. Und obwohl ich jetzt etwas überzogen habe, möchte ich mich aber trotzdem dann erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken und überleiten zum nächsten Vortrag, nächsten Mittwoch, der bestimmt nicht langweilig ist, obwohl er sich mit langweiliger Radioastronomie beschäftigt. Auf welcher Zeitskala, also erste Frage im Chat, auf welcher Zeitskala werden denn die Eigenbewegungen der Sterne beim großen Jahr bemerkbar? Also ich glaube, das habe ich gerade beantwortet. innerhalb des großen Jahres, wie gesagt, passiert fast nichts. Also der große Wagen zeigt immer noch auf das, was wir heute Polarstern nennen, auch wenn es kein Polarstern ist, aber das Sternmuster an sich hat sich kaum verändert, innerhalb von einem großen Jahr. Hat denn im Laufe eines großen Jahres der Südhimmel einen Polarstern? Gute Frage, wollte ich noch nachgucken, ich glaube nicht, ich weiß es nicht genau. Das kann man aber sehr leicht nachvollziehen mit Stellarium, dazu gleich mal die Anmerkung, alle Sternkarten, die ich hier gezeigt habe, sind von mit Stellarium erstellt. Bei Stellarium, da liegen Daten dahinter, also zumindest für die Eigenbewegung der Sterne dahinter vom Tycho-Hepakos-Katalog, also die rezentesten Daten, die wir haben von Gaia, haben wir die noch nicht und sind sie auch im Wesentlichen irrelevant für diese Anwendung, weil alle diese nahen Sterne, von denen ich gezeigt habe, dass sie sich bewegen können, dass die werden mit Gaia gar nicht vermessen, die sind viel zu hell. Also genau, einfach mal mit Stellarium simulieren. Wenn sich der Mond ganz langsam immer weiter von uns entfernt, dann müsste die Kreisbahn der Präzision nicht eher, müsste dann nicht die Kreisbahn der Präzision eigentlich etwas elliptisch werden. Die Überlegung ist völlig richtig. ich hatte es vorhin kurz angedeutet, tatsächlich ist, also der Kreis kehrt nicht in denselben Punkt zurück. Es ist nicht wirklich eine Ellipse, ich würde es eher eine Spirale nennen und das hat verschiedene Ursachen, unter anderem eben, dass die Erdrotation eben auch langsamer wird, weil sich der Mond entfernt. Und wie gesagt, es führt zu dem Effekt, dass zum Beispiel der Polarschern nicht wieder ganz so nah an den Pol heranrückt, wie er das jetzt tut. Beim nächsten Umlauf ist er ein Stückchen weiter entfernt. Ist auf der Scheibe von Nebra der Polarstern zu sehen? Das ist genauso eine Fangfrage eigentlich wie das mit den Lascaux-Höhlen, das immer wieder diskutiert wird. Das können wir nicht sagen, da steht nichts dran. Wir haben keine Beschriftung oder irgendwas. Was wir wissen ist, dass dort der Mond dargestellt ist. Alles andere ist Spekulation. Also die Horizontbögen sind klar, aber welches von den Goldknöpfchen zu welchem anderen Stern gehört, ob der Sternhaufen, die Plejaden, die Hyaden, Präsepe oder alles drei ist und ob die große, runde Goldscheibe auf der Himmelsscheibe von Nebra, ob das die Sonne oder der Mond ist oder vielleicht ambivalent wirklich als beides gemeint, all das wissen wir nicht. Und wie gesagt, 1600 vor Christus gab es keinen Polarstern, das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass jemand dort versucht haben sollte, sowas darzustellen, weil der Stern ja nicht ausgezeichnet war und nicht besonders hell ist. Gab es in römischer Zeit, Frage 5, gab es in römischer Zeit sowas wie astronomische Forschungen, außer für Astrologie? Ich sage jetzt einfach mal ja und zwar der Gestalt, dass zum Beispiel der Alma Gäst 150 nach Christus, 137 nach Christus in römische Zeit datiert. Das ist römische Kaiserzeit, Kaiser Hadrian, ganz klar römisch. Der Alma Gäst und auch andere Literatur beziehen sich auf Beobachtungsdaten, die etwa 100 Jahre älter sind. Ganz klar römisch, augustäische Zeit. Augustus und Gaius Julius Cäsar haben den Kalender reformiert. Das heißt, das waren Politiker, das waren Feldherren, wer Latein in der Schule gehabt hat und Cäsarlatein gelesen hat, der weiß, dass das ein relativ quasi einfaches Latein war, eine relativ einfache Sprache. Der hat sich natürlich für seine Kalenderreform astronomische Ratschläge geholt von Fachleuten. Das heißt, all das gab es. Und wie gesagt, die Präzession wurde erforscht. Gut, Hipparch ist datiert in hellenistische Zeit und wird eher griechisch verortet, aber man hat das ja weiter erforscht. Und das ist völlig absurd zu behaupten, dass irgendwer, irgendwem anders die Daten geklaut hätte. Vielmehr ist es so, dass natürlich sowas wie ein Sternkatalog immer weiter quasi verbessert, nachbeobachtet, zumindest punktuell nachbeobachtet wurde, so wie wir das jetzt auch erleben mit den ganzen Releases des Gaia-Katalogs oder den vom Hipparchus Satelliten-Satelliten-Sternkatalog. So, zu den Eisbohrkernen. Wenn man Glück hat, hat man auch Gaseinschlüsse, das habe ich gesagt. Warum braucht man dafür Glück? Schnee enthält doch immer Luft. Ja, allerdings, also der Schnee wird ja zusammengepresst. Meine Formulierung, mit dem man müsste Glück haben, bezieht sich eher darauf, dass man, dass die Gaseinschlüsse, also da sind auch immer Gaseinschlüsse drin, hat man gesehen, das sind quasi Pärchen. Soweit ich weiß, ich bin kein Experte dafür, aber soweit ich weiß, ist das so. Ich bin nicht sicher, wie gut man daraus historische Atmosphären und Zustände zuverlässig rekonstruieren kann. Und darauf bezog sich meine Formulierung mit dem Glück haben. Welche Ursachen hat die Präzession der Erdachse überhaupt und gibt es eine Korrelation zu den Eiszeiten? Ja, es gibt eine Korrelation zu den Eiszeiten. Die Ursache der Präzession, würde ich sagen, schauen Sie sich, naja, nee, schauen Sie sich am Anfang das Filmchen an, das ich gezeigt habe, wollte ich sagen, das ist natürlich nur halbrichtig, weil es mir den Effekt beschreibt und nicht die Ursache. Die Ursache ist quasi Grundlagenphysik, Kreiselbewegung. Die Erde hat ein Wulst, also ist am Erd an den Polen abgeplattet, Sonne und Mond üben Gravitationswirkungen auf die Erde und all das spielt zusammen, um diesen Kreisel quasi taumeln zu lassen und zwar auf die besagte Art und Weise, also mit den ganzen aufmodulierten Effekten noch, die wir teilweise schon angesprochen haben. Und die Korrelation zu den Eiszeiten ist sozusagen noch stärker in einem anderen Effekt, dass nämlich nicht nur die Erdachse sozusagen ganz rhythmisch in diesem fast genauen Kreis sich bewegt, sondern tatsächlich dabei auch noch ein bisschen taumelt. Ich weiß nicht mehr, das war im einstelligen Gradbereich, waren es zwei Grad oder acht, also jedenfalls ein ganz kleiner Effekt und ich habe auch den geologischen Namen dafür vergessen. Auf jeden Fall neigt die Erdachse sich manchmal ein bisschen mehr zu der Sonne hin und mal ein bisschen weiter weg, also eiert noch ein bisschen zusätzlich. Und das macht den größeren Effekt, weil wenn die Erdachse sozusagen ein Stückchen hinkippt zur Sonne, dann tauen die Polkappen etwas weiter ab und wenn sie ein bisschen weiter sich wegbewegt, dann gibt es sozusagen eine größere Vereisung auf den, also die Polkappe an sich wird dann größer, die Eisschicht reicht ein Stückchen weiter vom Pol weg. Ein weiterer Effekt ist die Kontinentaldrift für die Eiszeiten. Und zwar, wenn sozusagen im Augenblick ist es ja so, dass zum Beispiel Indien und Afrika bewegen sich nach Norden und die schieben diese Landmasse nach Norden und je unausgewogener diese, die Verteilung von Landmassen und Wassermassen auf der Erd nicht ganz kugel ist, wird es auch die, erstens die Rotationseigenschaften beeinflussen und andererseits eben auch den Vereisungsgrad. Ich glaube, es war so, dass ich auf Landmasse mehr Eis bilden kann als auf Wassermasse. Kann auch andersrum gewesen sein. Wie gesagt, das ist, ich bin kein Experte für alle Präzision oder geologischen Effekte. Das ist von mir auch nur angelesen. Ich fand es aber einfach wahnsinnig spannend. Genau, und das alles hängt, also das beeinflusst die Eiszeiten. Tatsächlich kann man die Eiszeiten das Ende der jetzigen Eiszeit mit ungefähr dem Ende des nächsten großen Jahres auch vorhersagen, ungefähr. So, achte Frage, wann explodiert denn nun der Yellowstone-Vulkan? Auch das leider eine Frage für Geowissenschaftler. Ich habe jetzt die Karte der Supervulkane vorenthalten. Also es gibt, wie gesagt, viele Supervulkane in Ozeanien, also nördlich von Australien, dieser Plattengegend, wo die australische Platte auf die asiatische trifft. Die ganze Inselkette um Indonesien und eben dann weiter Richtung Pazifik hinein, da sind durchaus einige Kandidaten für Supervulkane und die werden auch deshalb so fatal, weil sie eben äquatornah sind. Weitere gibt es in Peru, Chile, also Südamerika. Die sind teilweise sehr äquatornah und eben auch können sehr heftige Eruptionen machen und es gibt diese Gruppe von durchaus großen Vulkanen auf dem nordamerikanischen Kontinent, unter anderem den Yellowstone-Vulkan. Ich bin nicht sicher, wie gut man das vorhersagen kann. Ich weiß, dass diese Vulkanausbrüche heftig sein werden, auch durchaus auf die Kandidatenliste für Supervulkanausbrüche gesetzt werden. Die sind aber ganz klar auf der Nordhalbkugel und würden dann quasi eine asymmetrische Verteilung der Aschewolke bewirken. Also nicht ganz symmetrische Ablagungen in den Eisvorkern der zukünftigen Jahrhunderte, Jahrtausende darstellen. Noch kurze Bemerkung zu den phlegräischen Feldern, weil wir die hier quasi vor der Haustür haben. Also wie gesagt, der Tonga-Vulkan war etwa so groß, also die Aschewolke, nicht der Vulkan, die Aschewolke war etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Das wäre also halb Europa unter einer großen Aschewolke quasi versteckt. Die phlegräischen Felder könnten einen ähnlich starken Effekt machen. Also das ist schon ein sehr großer Vulkan, ein sehr heftiges Magma-Feld, was da quasi unter, mehr oder weniger unter Neapel schlummert. Und das ist hochgradig aktiv. Also Vulkanologen haben in den letzten ungefähr 10, 20 Jahren da durchaus ganz heftige Bewegungen registriert, sofern ich das weiß. Also wie gesagt, fragen Sie da lieber Vulkanologen oder Geowissenschaftler, aber das ist, glaube ich, ein bisschen bedrohlicher für uns als Yellowstone, Betalgeuze oder andere hier diskutierten, angesprochenen Events. Keine weiteren Fragen, damit bedanke ich mich, verweise nochmal auf den Vortrag des Kollegen von der Thüringer Landessternwarte nächsten Dienstag zu aktiven Galaxien und verschmelzenden Galaxienhaufen. Auf Wiedersehen und Tschüss.